Unternehmertum, Steuern, Finanzen und Kennzahlen. Das sind die Überschriften im Unternehmerbaukasten. Der Unternehmerbaukasten, der geht jetzt fast ins dritte Jahr mittlerweile und über 100 Teilnehmer sind da bisher drin gewesen. Das ist ein Jahr intensive Betreuung, insbesondere immer mittwochs. Mittwochs sind Burkhard Küpper, der Steuerberater und Sascha Driesch, der Multiunternehmer, da um in den Zoom-Calls für die Teilnehmer alle Fragen zu beantworten. Um Feedback zu geben zu Bilanzen und allen möglichen Sachen. Also es ist wirklich Unternehmerbaukasten, es ist für Unternehmer. Und anlässlich des Zweijährigen machen wir jetzt mal so einen Rückblick und ich freue mich, dass Sascha da ist. Hallo Sascha. Hallo Dirk, ich freue mich auch. Zwei Jahre, immer mittwochs. Was sind deine größten Learnings, deine größten Überraschungen in dem Format? Du hast das vorher ja auch nicht gemacht und vorher hattest du auch nicht so engen Kontakt zu anderen Unternehmern. Was ist dir aufgefallen? Was waren deine Learnings? Also für mich ist auf der einen Seite Learning und auch erschreckend, wie weit leider viele Unternehmer von ihren Zahlen entfernt sind. Die machen einen super Job in dem, was sie können, in dem wo sie ihre Expertise haben und verlassen sich eben stark auf Berater, Steuerberater und so weiter und sind da eben oftmals verlassen mit. Das war schon eine Erkenntnis. Ich war immer ein sehr zahlennaher Mensch bei all meinen Unternehmungen, bei meinen Beteiligungen, aber habe eigentlich da auch erwartet, dass das tiefer auch bei den anderen Unternehmern ist. Und das war für mich so eine der größten Erkenntnisse, dass viele Unternehmen eine sehr hohe Expertise in ihrem Bereich haben und einen super Job machen, aber dahinter eben das betriebswirtschaftliche Know-how fehlt, um das, was sie können, auf Dauer erfolgreich machen zu können. Hast du ein, zwei Anekdoten, ein, zwei Beispiele, die du erlebt hast? Ja, also Anekdoten haben wir eigentlich fast jede Woche, weil die, also Anekdote ist eigentlich oftmals die gleiche oder bei vielen die gleiche. Die sagen, ja, mein Ergebnis stimmte ja. Meine betriebswirtschaftliche Auswertung, die ich dann vielleicht einmal im Jahr gesehen habe, da stand unten rechts ein Plus. Aber sie wussten eigentlich gar nicht, wie das zustande gekommen ist. Natürlich durch deren hervorragende Arbeit und durch auch vielleicht Zufälle oder eben immer das da dranbleiben, aber viele kennen die Herkunft ihres Ergebnisses nicht. Und ja, das ist eigentlich jede Woche so eine Anekdote, dass wir sagen, hör mal, wie ist denn deine Berechnung, dass du überhaupt Profit machst? Also wie viele Personalkosten hast du, also wie berechnest du das? Und das war so, das ist eine der Anekdoten, dass man eben, dass der Unternehmer gar nicht genau weiß, warum ist das, was da unten rechts steht in der BWA überhaupt gegeben? Was wir immer wieder erleben, wir wollen ja immer alle mehr machen und das ist ja auch gut so, wir sollten ja nie stehen bleiben, dann bist du kein Unternehmer. Wenn du stehen bleibst, bist du kein Unternehmer, sondern du solltest ja immer weitergehen. Und wir erleben sehr oft im Unternehmerbaukasten, dass die Leute eben nicht wissen, was es bedeutet, weiterzugehen. Also den Umsatz zu planen, denn ich sage immer, der Umsatz selber ist eine Momentaufnahme. Keiner hat den Umsatz auf Monate, Jahre, Jahrzehnte sicher. Das ist immer wieder jeden Tag neu anfangen am Umsatz. Kosten dagegen sind da und Kosten bleiben. Also wenn ich meinen Umsatz erhöhe, erhöhe ich auch meine Kosten. Aber wenn der Umsatz, da es eben nur eine Momentaufnahme ist, mal runter geht, bleiben aber die Kosten trotzdem hoch. Und das muss ich einfach als Unternehmer wissen, wo ist da mein Hebel, wo gehe ich hin, wenn ich den Umsatz ersteige, erhöhe, wo gehen dann meine Kosten hin, dass ich die immer im Blick habe, damit ich weiß, geht mal die Momentaufnahme nach unten. Und ich glaube, du bist lange genug Unternehmer und ich, wir wissen alle, Umsatz geht mal hoch, geht mal runter. Aber die Kosten bleiben in der Regel stabil. Und dann, wie lange kann ich mir was davon erlauben? Das ist so, ja, das erleben wir in vielen verschiedenen, bei kleinen, mittleren Unternehmen, jahrzehntelangen Unternehmen, großen Unternehmen. Und alle haben im Prinzip das gleiche Problem oder den gleichen Handlungsbedarf in ihrem Unternehmen. Was ist die Motivation der Teilnehmer, da reinzugehen? Ja, davon ableitend, das ist, glaube ich, die Motivation. Also viele Unternehmer haben, glaube ich, am Anfang den Begriff Unternehmertum nicht richtig verstanden. Viele machen sich selbstständig, sind dann zwei, drei Jahre dabei. Wir kennen alle die Statistiken, wie viele Unternehmen in den ersten fünf Jahren wieder pleite gehen. Denn das liegt eben daran, dass sie etwas aufbauen, etwas wirklich gut aufbauen und dann eingeholt werden von dem, was vorher nicht mit aufgebaut worden ist. Also den Blick eben auf die Zahlen. Und deswegen kommen viele da rein, weil sie immer gesagt haben, sie leben so als Unternehmer nach dem Wenn-Dann. Also wenn das passiert ist, dann brauche ich mir keine Sorgen mehr machen, dann läuft alles super. Aber als Unternehmertum muss man dieses Wenn-Dann-Wegtun. Man beginnt jeden Tag bei Null und der Tag endet da, wo ich ihn enden lasse. Und als Unternehmer hast du eben, und das ist ja auch so spannend irgendwie daran, du denkst ja immer, wenn das Problem gelöst ist, dann habe ich es geschafft. Aber Unternehmertum bedeutet jeden Tag neue Probleme. Und die sind unterschiedlichster Art. Die sind im Umsatz, die sind im Personal, die sind bei Verträgen, die wir abschließen müssen, tun wir uns schwer mit oder nicht. Und das sind alles Dinge, wo wir den Unternehmer abholen. Und deswegen sind die Kunden auch im Unternehmerbaukasten. Und viele sind ja nach dem Jahr geblieben, weil sie diese permanente Unterstützung, den, ich sage mal, den zweiten Blick auf die Zahlen und den dritten Blick mit Burkhardt und mir, dann mal ich komplett nur aus der unternehmerischen Brille. Ich lese die Zahlen teilweise anders als der Steuerberater, also als Burkhardt. Ja, aber das kombiniert hilft eben dann dem Unternehmer, im Unternehmerbaukasten dann die richtigen und hoffentlich die richtigen Entscheidungen zu treffen, werden aber auch nicht immer getroffen. Also Anekdote ist, wir hatten jetzt auch einen da, der hat sich entschuldigt. Wir hatten ihm abgeraten, ein Unternehmen zu kaufen, bei dem er selber beschäftigt war. Er hat es trotzdem getan, hatte dann Gewissensbisse, war dann acht Wochen nicht mehr online im Unternehmerbaukasten, war dann jetzt wieder da, weil jetzt, ich sage mal, ist alles das hochgekommen, wovor wir ihn gewarnt haben, was wir befürchtet haben aufgrund der Zahlen. Und jetzt steht er eben kurz davor, was mache ich? Gehe ich zum Insolvenzverwalter? Gehe ich vielleicht vorher zum Ulrich Kammerer, den du ja auch hier hattest, um irgendwie dann noch glimpflich rauszukommen? Aber er bleibt dabei, weil er sagt, hätte ich da gehört, wäre ich jetzt woanders. Jetzt versucht er eben mit den Ratschlägen eben da hinzukommen, weil die bekommt man ja nicht. Also in der Schule lernen wir sie nicht, in unserer Ausbildung lernen wir sie auch nicht. Und was du in deinen Jahrzehnten als Unternehmer kennengelernt hast, oder ich, oder eben Burkhardt, wir können das eben mittwochs vermitteln. Und warum müssen die den gleichen Fehler nochmal machen, den ich schon fünfmal vorher gemacht habe und teuer bezahlt habe? Gott hilf ihnen, denn sie tun nicht, was sie wissen. Dann sagst du es ihnen, du erklärst ihnen auch die Hintergründe, es ist alles schlüssig und dann machen sie es trotzdem. Und dann fällt das Kind in den Brunnen und dann, aber das ist halt dann auch das Schwierige, dass du dann mit dem Ego zurückkommst und sagst, du hattest recht, du hattest recht. Ich wollte es nur nochmal gucken, ob es wirklich so ist. Okay, das ist dann immer teuer und schmerzhaft. Fünf wichtige Learnings, die eine Hebelwirkung haben für jeden selbstständigen Unternehmer aus dem Unternehmerkasten. Erste Learnings ist, wenn du deinen Umsatz steigern möchtest, dann musst du wissen, was kostet es dich, den Umsatz zu steigern. Ich sage immer ganz einfach, wenn du um 1,2 Millionen, um es einfach zu rechnen, deinen Umsatz steigern möchtest im Jahr, dann sind das 100.000 Euro im Monat. Wenn du jetzt deinem Kunden ein 30-tägiges Zahlungsziel einrichtest, damit er in 30 Tagen eben bezahlt, dann musst du 100.000 Euro vorfinanzieren. 100.000 Euro musst du schon mal haben, damit du dir überhaupt das erlauben kannst. Und da gehst du davon aus, dass der immer pünktlich zahlt und alles. Also musst du lieber 200.000 Euro haben, um dann eben das hinzubekommen. Das ist ein Learning. Kenne deine Zahl. Was kostet es dich, den Umsatz hochzuziehen? Zweite Learning ist, das merken wir viel bei Handwerkern, bei Stundenkalkulationen, was kostet mich der Mitarbeiter wirklich? Die meisten gehen hin, nehmen die Gehaltsabrechnungen, haben das Bruttogehalt des Mitarbeiters, teilen das durch die Arbeitsstunden, die er hat, sagen wir mal 168 Stunden im Monat, dann teilen die das dadurch und sagen, gut, das kostet mich der Mitarbeiter, jetzt muss ich noch meinen Aufschlag dabei machen und dann weiß ich, wie ich mein Angebot schreiben muss. Und damit kalkulieren sie so, dass sie im Prinzip bei jedem Auftrag noch einen 10-Euro-Schein hinten dran kleben. Weil Personalkostenkalkulation ist eben eine schwierige Geschichte, weil ich muss berechnen, wie viel unproduktive Zeiten hat jeder von uns und die hat jeder. Also ich glaube, dass du hochproduktiv bist, trotzdem hast du auch unproduktive Zeiten am Tag. Genauso ich, genauso jeder andere hier. Das musst du berechnen, also sagst du, von den 8 Stunden am Tag kann der nur 80% wirklich produktiv sein, das wäre schon extrem hoch. So, dann ist der aber 25 Tage oder 30 Tage im Urlaub, dann hast du eine durchschnittliche Krankheitsrate und das musst du alles mitrechnen und dann kommst du auf einen Effektivkostensatz, also Stundensatz, der in der Regel doppelt so hoch ist, wie den, den du vorher berechnet hast. Also das zweite Learning, kenne die Grundlage, auf denen du deine Angebote aufbaust. Dritte Learning ist, das ist so ein Satz, den ich immer, 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 immer sage, Liquidität geht vor Rentabilität. Es gibt so viele gute Firmen da draußen, die die Banken nicht nötig haben. Aber wenn ich jetzt nach draußen gehe, jetzt haben wir irgendwie 30 Grad draußen, dann bekomme ich einen Regenschirm sehr günstig, weil jetzt braucht den ja, die können den nicht verkaufen gerade. Und in den Momenten kaufe ich mir einen Regenschirm. Und genauso ist das mit der Liquidität. Erkaufe dir oder hole dir die Liquidität dann, wenn es dir gut geht. Denn wenn es dir schlecht geht, wird dir keiner mehr den Regenschirm geben, weil dann sind alle schon weg. Oder viele sind weg, oder die sind eben extrem teuer. Und deswegen, das ist ein Learning, wirklich Liquidität vor Rentabilität. Und in der Werbung sagt man ja auch immer, mach Werbung, wenn es dir gut geht, weil wenn es dir schlecht geht, nutz keine Werbung mehr, weil dann kannst du dir nicht mehr erlauben. Dann hast du ja das Geld nicht mehr dafür. Und das ist das Gleiche bei der Liquidität, bei jedem Unternehmer. Schau, dass du immer eine hohe Liquidität hast, um klare Entscheidungen zu treffen, die nicht beeinflusst sind, daraus kann ich mir das erlauben, oder kann ich mir das nicht erlauben, sondern die nur daraus beeinflusst sind, ist das gut oder schlecht für mich. Und deswegen brauchst du eine hohe Liquidität. Dann ist ein, ja, ich sage mal, du musst deine betriebswirtschaftliche Auswertung kennen. Ich habe das eben schon mal gesagt, es ist für viele ein Ekelthema. Ich kann das verstehen, aber ihr müsst eure betriebswirtschaftliche Auswertung kennen. Und dafür sind die Leute überwiegend auch im Unternehmerbaukasten, um das daraus abzuleiten, was wichtig ist. Wenn ihr eure betriebswirtschaftliche Auswertung nehmt, nur um mal so ein Beispiel zu nehmen, dann gibt es einen oberen Part und einen unteren Part. Der obere Part ist Umsatz, weniger Materialeinsatz, dann hast du deinen Deckungsbeitrag 1, so sagt man oftmals, und da unten drunter ist dann der Festbereich. Und das ist genau das Problem, das ist der Festbereich. Das heißt, die Bank oder die, die euch analysieren, sagen eben, diese Kosten entstehen, selbst wenn oben kein Umsatz ist. Und jetzt, wenn man sich das nicht anguckt, dann wird da einfach das vom Steuerberater hingebucht, was so dahin gehört. Laut dem Kontenrahmen, laut den Vorgaben, weil der Steuerberater vielleicht ja gar nicht das dahinter kennt und weiß. Und nehmen wir jetzt Beispiel bei uns, wir haben ja ein großes Fulfillment-Unternehmen, und wir buchen, unsere Versandkosten würden normalerweise in den zweiten Bereich reinfallen. Aber wir buchen das in den Materialeinsatz, weil wir sagen, wenn wir das nicht verschicken, oben den Umsatz, ein Paket, wir verschicken 10.000 Pakete am Tag, dann entstehen ja auch keine Versandkosten. Also gehören sie oben in den variablen Bereich und nicht unten in den fixen Bereich. Und deswegen, kennt eure BWA und beschäftigt euch damit. Versucht die Zahlen zu erkennen und zu erkennen, woher sie kommen. Das war vier, ne? Fünf. Nee, das war fünf. Okay, fünf. Aber wenn du noch einen Bonus hast, würde ich nehmen. Ja, Bonus ist, beschäftigt euch am ersten Tag, wenn ihr euch selbstständig machen wollt, oder auch heute, wo ihr schon selbstständig seid, ist so, wie ihr aufgestellt habt, von eurer Firmenstruktur her, das Richtige. Sehr viel im Unternehmerbaukasten, machen 100, 200, 300.000 Gewinn und sind als Einzelfirma unterwegs. Der Burkhard würde jetzt die Nachkommastelle in den Steuersatz nennen. Ich sage immer, 50% sind dann weg. Also als Unternehmer, 50% sind dann weg. Burkhard würde sagen, 46 oder 48, je nachdem, ob du in der Kirche bist oder nicht. Ich sage immer, einfach gerechnet, 50% sind weg. Und du gibst ja die 50% nicht aus als Einzelunternehmen. Du investierst davon ja vielleicht wieder in ein Unternehmen. Also warum verschenkst du Geld an die Steuer? Und deswegen sagen wir immer, schau dir genau deine Unternehmensform an, ob die Unternehmensform die richtige ist für das, was du heute bist, aber auch für das, was du in ein, zwei, drei Jahren, ob du mal einen Exit machen möchtest oder so. Ist das das richtige Vehikel, das du dir ausgesucht hast? Fährst du jetzt auf dem Fahrrad, fährst du auf dem E-Bike oder solltest du langsam, ich sage mal, aufs Auto umsteigen? Okay, cool. Wertvoll, wertvoll. Jetzt wird der eine oder andere sagen, aber das brauche ich alles nicht, weil ich habe ja einen Steuerberater und ich bin auch schon lange bei dem Steuerberater und ich habe da noch nie Probleme gehabt. So, ich weiß die Antwort, aber was sagst du? Was sagst du so jemandem, der sagt, das brauche ich nicht. Also ich muss das auch nicht alles selber lesen können. Ich mache einmal im Jahr ein Meeting mit meinem Steuerberater und dann wird der mir die Bilanz erklären. Also das Problem fängt ja schon an, dieses Meeting, um die Bilanz zu erklären, findet ja bei dem normalen Unternehmer dann statt, wenn das Jahr schon gelaufen ist. Also eigentlich, dann kann ich nichts mehr ändern. So geht es vielen. Und deswegen, man muss eben eins wissen, der Steuerberater macht seinen Job und wir erwarten als Unternehmer, dass er neben den Steuern eben die Beratung macht. Aber die macht er nicht. Für die wird er auch nicht bezahlt. Die Steuerberatervergütungsordnung sagt eben, für deine Tätigkeit, für einen Bilanzabschluss, für eine Buchung erhältst du eben Summe X. Das heißt, er ist nicht wirklich der Berater. Es gibt viele da draußen, die mittlerweile auch beraten, aber ich sage mal, der Großteil berät nicht. Und der Unternehmer weiß ja auch gar nicht, welche Frage er stellen soll. Und da kommen wir immer zu diesem, wir haben jetzt einige im Unternehmerbaukasten, die sagen eben, ich komme mir vor wie eine Soufflöse. Weil ich stelle euch an dem Mittwoch eine Frage, dann sagt ihr mir so und so, ich stelle die dann meinem Steuerberater und der Steuerberater sagt, ja, können wir machen. Und dann frage ich, ja, warum haben wir das bisher nicht gemacht? Ja, sie haben ja nicht gefragt. So, das heißt, er macht das tägliche. Und da muss man auch ein Stück weit die Steuerberater in Schutz nehmen, weil die sind auch vom Staat mittlerweile mit so vielen bürokratischen Dingen befasst, dass die, mal abgesehen vom Personalmangel und Qualifikation des Personals da auch gar nicht mehr hinterher sind. Und deswegen ist es eben wichtig, dass ich als Unternehmer wirklich für mich die Verantwortung übernehme. Und die Verantwortung gilt eben nicht nur in den Bereichen, die ich kann, sondern das Thema Steuern und Finanzen und Banken wird immer ein Thema bleiben, welches der Chef, der Inhaber, der Unternehmer selber den Blick drauf haben muss. Und den wird nicht sein Steuerberater haben. Den kann er nur selber haben. Wir können ihm da die Unterstützung geben, aber er muss sie auch nehmen. Ja, also wie bei allem im Leben, ob es Gesundheit ist, Beziehung ist, Kinder ist, du musst Selbstverantwortung übernehmen. Selbstverantwortung als Unternehmer für deine Zahlen, für deinen Erfolg, für dein Business. Ja. Okay. Wie finde ich den richtigen Steuerberater? Also ihr erlebt dann was und ihr sagt, das kannst du so nicht machen. Ja. Und dann hast du das Gespräch mit dem Steuerberater und dann weißt du auch, das reicht nicht für das, was ich brauche. Wie finde ich einen? Also wir empfehlen natürlich alle Burkhardt, ohne Frage. Geht zu Burkhardt. Mal abgesehen davon, wie findet man einen richtigen Steuerberater? Also jetzt muss ich sagen, die Kombination Steuerberater und Unternehmerbaukasten schafft ihr auf jeden Fall auch einen besseren Steuerberater. Das ist so, weil der Steuerberater, ich glaube alleine, wenn er die Rechnung bucht vom Unternehmerbaukasten, weiß der ja, worum es geht. Ja, also ihr braucht ja nur einmal googeln, dann sieht er, oh, jeden Mittwoch, also die Unternehmer können bis montagsabends ihre Fragen stellen und bekommen mittwochs eine Antwort darauf. Auch wenn wir mal fünf Stunden online sind. Und wie finde ich einen guten Steuerberater? Die meisten unterhalten sich am Anfang ja mit dem Steuerberater. Das ist auch gut so, weil der im Endeffekt ja die Bilanz dann macht. Aber ich würde auch immer, wenn ich einen Steuerberater habe, fragen, wer ist denn mein Ansprechpartner? Weil der Steuerberater ist ja nicht der Ansprechpartner für 200, 300, 400 Mandanten, die er hat oder 500 oder mehrere Tausend wie bei Burkhardt, sondern da ist ja immer noch mal ein oder zwei Personen zwischen. Und die würde ich kennenlernen. Weil es ist auch so, die Chemie zwischen dem Unternehmer und demjenigen, der auf der Steuerberaterseite sitzt, die muss eben stimmen. Abgesehen von fachlichen Sachen, die muss stimmen, damit man sich auf Augenhöhe begegnet. Sowohl der Steuerberater, und jetzt, wir kennen ja alle auch noch andere Steuerberater und so, die haben ja alle auch ein, oder viele von denen haben ja auch ein ausgeprägtes Ego. Und das darf aber der Beratung nicht im Wege stehen. Das heißt, wenn ich als Unternehmer mit einer Idee komme, muss ich relativ schnell in einem Erstgespräch erkennen, würde der Steuerberater mir folgen oder würde der nur aufgrund seiner Expertise über mich hinwegreden. Weil das tun viele. Und tun das dann so ab. Es ist schwer, einen guten zu finden, weil man ja erst weiß, wenn man gewechselt ist, ob der wirklich gut ist. Und einen Steuerberater wechselt man heute schon mal häufiger, als es früher war. Früher war das ja so, wie ein Banker, den hat man nicht gewechselt. Also meine Mutter geht heute noch zur gleichen Bank. Hätte die einen Steuerberater, würde die heute noch dahin gehen. Und einige meiner Unternehmerkollegen sind heute noch beim gleichen Steuerberater, obwohl die Hunderttausende von Steuern zu viel bezahlt haben, falsch bezahlt haben. Deswegen ist es schwierig, weil man das erst danach erkennt. Aber ein Steuerberaterwechsel heute geht eben einfacher als früher und man wechselt auch schneller. Aber man sollte eben am Anfang die richtigen Fragen stellen, wenn man mit dem Steuerberater ist. Einmal den Steuerberater, das Feeling zwischen den beiden, ein, zwei Fragen fachlich mal stellen. Welche Unternehmensform empfehlen Sie mir? Wenn ich jetzt 200.000 Gewinn habe, gehe ich als Einzelunternehmen oder als GmbH? Dann kann man schon erkennen, wenn er dann ein Einzelunternehmen sagt und man dann als Unternehmer sagt, ja, aber das ist doch zu teuer in der Steuer, dann mache ich doch lieber eine GmbH, weil es günstiger in der Steuer ist. Und der Steuerberater dann antwortet, und das tun viele, ja, am Ende zahlen sie immer die gleiche Steuer. Auf der Privatebene. Hat er ja nicht Unrecht. Aber was ich in der Zwischenzeit mit der Steuer, die ich weniger bezahlt habe, meinem Unternehmen helfen kann, das steht ja dazwischen da. Ja, also es gibt so zwei, drei Dinge, auf die man achten sollte. Stimmt die Harmonie? Wie ist der Steuerberater aufgestellt? Heute würde ich nur noch darauf achten, dass das ein voll digitalisierter Steuerberater ist. Heute Buchhalt, also für mich ist die, nehmen wir mal die DATEV, ist die älteste KI, die es gibt, weil die lernt jeden Tag, wenn man es richtig einrichtet, sodass, wenn alles gut ist, 90% der ganzen Sachen selber gebucht werden. Also eine digitale Steuerberatung, ein Steuerberater auf Augenhöhe und wissen, wer ist mein Ansprechpartner, wenn das Gespräch mit dem Steuerberater vorbei ist. Also wer macht die monatliche Buchhaltung, wer macht die monatliche Lohnbuchhaltung, wenn ich sie beim Steuerberater habe. Das wären so meine Sachen, auf die ich achten würde. Und nichts gefallen lassen. Also Demut vor dem Steuerberater würde ich nicht mehr haben. Okay, das ist gut. Aber das ist sehr pragmatisch. Finde ich super. Okay, jetzt gehen wir nochmal, du hast angesprochen, Ulrich Kammerer, mit dem habe ich ein Interview aufgenommen und werden wir auch gerne verlinken an der Stelle. Der ist der Unternehmensretter. Und der kümmert sich um Unternehmen, die in erster Linie in Schieflage geraten sind. So, und warum geraten Unternehmen in Schieflage, weil sie ihre Zahlen nicht kennen und so weiter, aber Rentabilität vor Liquidität setzen. Wenn ich jetzt Liquidität brauche, worauf muss ich achten, wenn ich jetzt Banken kontaktiere, egal ob ich dort schon Kunde bin oder ob ich noch gar nicht Kunde bin, dass ich jetzt Geld kriege. Ja, also einmal muss man sagen, ich pflege nicht nur im unternehmerischen Sinne, sondern auch auf privater Ebene. Bei allen unseren Beteiligungen pflegen wir ein zwei, wenn nicht sogar drei Bankenmodell. Das heißt, ich baue mir Banken auch auf. Also ich lasse die Umsätze fließen über die Konten, sodass auf allen Konten Bewegungen sind, weil ich erreiche ja zwei bei Banken. Die Banken sehen ja das objektive Risiko. Das ist meine Bilanz, meine BWA, meine Planung, die ich vielleicht mache. Das sehen die, aber die sehen eben auch das subjektive Risiko. Subjektive Risiko ist eben, wie führst du dein Konto, wenn du eine Überziehungslinie, Konkurrentlinie vereinbart hast, hast du die immer am Limit oder schwangst, so ist das wirklich nur für die Spitzen, wofür es sich eigentlich auch sein sollte. So, das heißt, schon am Anfang würde ich immer mindestens ein Zwei-Banken-Modell machen, wenn nicht sogar Drei-Banken-Modell, aber auch beide Konten bedienen. So, dann tue ich mich, dann ist es einfacher, wenn ich mal einen Kredit benötige, weil dann haben beide nicht nur die objektiven Merkmale, sondern auch die subjektiven. So, und dann gehe ich aber immerhin, wenn wir eine Finanzierung aufbauen, immerhin und kontaktiere eben genau aus diesem Grunde auch eine dritte Bank, die mich eben subjektiv gar nicht einschätzen kann, weil sie vielleicht meine objektive, oder die objektive Wahrnehmung, nur die Zahlen, viel besser interpretieren, als die Banken, die mich schon kennen, die eben auch schon mal subjektiv gesehen haben, das Geschäft war auch mal unten, jetzt ist es wieder hoch und so. Also, immer die Hausbank anfragen, die zweite Bank, wenn man schon ein Zwei-Banken-Modell hat, aber immer auch eine dritte oder eine vierte Bank. Das ist das Erste. Und dann sehr gute vorbereitete Unterlagen. Wir haben viele, viele Excel-Vorlagen dafür im Unternehmerbaukasten, im Mitgliederbereich. Ihr braucht eine Planung. Ihr müsst den Bankberater, der will euch ja einen Kredit verkaufen, das ist ja seine Aufgabe, den euch zu verkaufen, ist ja immer einfach. seinem Analysten im Hintergrund, der Marktfolge, den zu verkaufen, das ist ja das Handicap. Und dafür müsst ihr ihm die Werkzeuge geben, damit er da gut verkaufen kann. Ihr müsst das Verkaufsgespräch, welches er intern führt, für ihn vorbereiten, damit er wenig Arbeit damit hat. Das sind jetzt nicht alles die Fleißigsten, sondern ihr müsst einfach das schnell bekommen. Das heißt, ihr braucht eine Planung, ihr braucht den Jahresabschluss und den Jahresabschluss von davor. Und dann müsst ihr die Unterlagen schön vorbereiten. Und jetzt beißt sich manchmal natürlich Steuer und eben Finanzierung. Weil wenn ich eine Finanzierung haben will, muss ich ja zeigen, dass mein Unternehmen gesund ist. Ich muss am besten hohe Gewinne zeigen. Das ist das, was ich eben sagte. In der Sonne kaufe ich den Regenschirm. So, wenn ich jetzt aber mein Unternehmen getrimmt habe, auch steuerlich getrimmt habe, dann zahle ich ja weniger Steuern. Weniger Steuern bedeutet in der Regel immer, dass ich auch weniger Gewinn zeige, weil ich einfach Rückstellungen bilde für Risiken, die eintreffen könnten. So, und das gefällt aber der Bank natürlich nicht ganz so. Die hätte ja gerne lieber höheren Gewinn. Und deswegen muss das genau austariert werden. Was will ich beantragen und was zeige ich dann, um das, was ich zu beantragen möchte, eben auch bekommen. Und das sind auch viele Tipps, also wir haben auch viele Fragen in der Richtung, eben wie gehe ich zur Bank. Und da gilt das Gleiche wie beim Steuerberater, die Demut vor dem Banker, Adapter legen, die gibt es nichts mehr. Also am Schalter, der hat so wenig Vollmachten. Also da muss man einen Trockner mitbringen, wenn man eine Waschmaschine finanzieren will. Also das, wir sollten alle mal, wir als Unternehmer, das ist so generell, was wir erleben, laufen sehr oft demütig rum und denken, ah, ich muss jetzt da betteln gehen um einen Kredit oder ich kann dem Steuerberater nicht schon wieder auf die Nerven gehen. Hört auf damit. Ihr seid Unternehmer. Ihr seid die Letzte, die hier in Deutschland dafür sorgen, dass es uns irgendwie noch gut geht. Ja, und die anderen sollen mit euch spielen, aber nicht gegen euch spielen. Wenn die gegen euch spielen, dann sucht euch einen anderen, der mit euch spielt, weil es wird niemals erfolgreich als Unternehmer sein, wenn du Leute hast, die gegen dich spielen. Also auch mit denen du zusammenarbeitest. Cool, wunderbar. So, jetzt hat das jemand hier gesehen, kannte den Unternehmerbaukasten vielleicht nicht oder hat mal ein bisschen was gehört. gefragt, wie kommt man rein und warum muss ich da rein? Also, wer es bis jetzt, ich glaube, das Warum können wir streichen, wer das jetzt alles gehört hat und das nicht verstanden hat oder er sagt, das ist für ihn nicht relevant, dann macht es auch nicht Sinn, da reinzugehen. Aber wie kommt man rein? Ganz einfach, www.unternehmerbaukasten.de Da ist unsere Internetseite und dort könnt ihr dann ein Gespräch vereinbaren und ihr kommt rein, indem ihr am Anfang einen Jahresvertrag abschließt. Das erste Jahr ist zwingend, weil ihr auf alle Dinge zugreifen könnt, die im Mitgliederbereich drin sind. Ja, Gott weiß wie viele Videos zu Spezialthemen, Vorlagen, vertraglich, Excel und so weiter. Dann seid ihr ein Jahr dabei und nach dem Jahr geht das über in ein Abo, verlängert sich Monat von Monat und die, also ich sag mal, 70% derer, die im ersten Jahr dabei waren, sind jetzt auch im zweiten und werden auch ins dritte Jahr mitgehen. Und wenn du jetzt in den Unternehmerbaukasten rein willst, kannst du einfach hier auf den Link klicken oder aber du sagst, du möchtest gern noch mehr Informationen haben, dann findest du hier das längste Video, was ich mit Sascha und Burkhardt je aufgenommen habe. Viel Spaß.